Was, immer noch Lampenfieber? Was heißt immer noch, schon wieder? Na, das ist ja auch kein Wunder. Herr Alexander soll heute zum ersten Mal Oper singen. Zum ersten Mal? Ja. Ja, aber Sie sollten eigentlich auch ein bisschen Lampenfieber haben. Ein kleines bisschen. Ja, denn Frau Hallstein singt in dieser Oper, es handelt sich nämlich um die Zauberflöte von Mozart, müssen Sie wissen. In dieser Oper singt Frau Hallstein immer die Königin der Nacht. Ja, aber mit der gibt es leider kein Duett. Nein, da, also König der Nacht gibt es da keinen. Aber es gibt ein zauberhaftes Duett zwischen Papageno und Papagena. Ja, Papageno, ja. Ja, also Papagema. 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 Papapapapa. Bist du mir nun ganz gegeben? Neun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Beifchen. Nun so sei mein Herzens opened. Mein liebes Beifchen, mein liebes Beifchen. Welche Freude wird das sein, wenn die Götter uns bedenken Unsere lieben Kinder schenken, unsere lieben Kinder schenken So liebe kleine Kinderlein, Kinderlein, Kinderlein Erst einen kleinen Papageno, dann eine kleine Papageno Dann wieder einen Papageno, dann wieder eine Papageno Papageno, 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 Papageno Es ist das höchste der Gefühle Wenn viele Papageno, 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 Papageno Der Elternseel werden sein Es ist das höchste der Gefühle Wenn viele Papageno, Papageno, Papageno Papageno, Papageno, Papageno Papagina 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 Papagina